Was machen diese Wahnsinnigen mit der Klimageschichte? Die Klimaverrückten, das ist ja dahinter das Geschäftsmodell. Ich gebe jetzt mal rein, was sie machen. So wie die Information ist, legen sie selber Waldbrände. Das heißt, die Medien bringen es selber, dass Waldbrände in Griechenland und auf die irgendwelchen Mittelmeerbereichen selber gelegt worden sind. Das heißt, sie produzieren selber Waldbrände, um den Menschen zu suggerieren, die Erderwärmung. Die Mafia-Banditen produzieren, so wie es aussieht, nochmal die Waldbrände. Ich mache das jetzt an, da sieht man Brandstifter bei der Arbeit. Bitte. Bitte. Bitte.